einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zu einem weiteren let's play auf diesem kanal ja wir spielen mal wieder sims 2 das youtuber doch in der letzten folge ging es allen schlecht geht es heute immer noch dann ist gerade auf dem weg ins bett und ich würde sagen wir fangen einfach mal an wie geht es mir denn du bist schlafen honey energie ist eigentlich ganz gut dann kannst du eigentlich mal aufstehen es ruckelt es ruckelt hart ja eigentlich mal ein bisschen was ist jetzt hier für buggy ja ok ihr seht ihr seht ihr habt es auch gerade gesehen ja läuft es ist einfach nur buggy geht es jasmin schlafen ok kannst du auch stehlen kannst du am besten der Wienfettgericht Nudelkäse Hanni ist schlafen du bist schlafen ich glaube den Daniel geht es gerade am schlechtesten schlafen und ja egal so ja erstmal läuft wieder eine Unterwäsche rum mitten in der Nacht kann da auch Hanni was machst du du bist am Computer schlafen und ja aber ob derjenige online ist weiß keiner leider schlafen sich an Künfte benutzen 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 ich bin eigentlich hellwach ich mach mal irgendwie schnell schlafen oh gott ja 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 du kannst du rauf mhm ja du kannst du rauf GoldenMorgen hier ess mal was ach falsche blieb hier wohl möchtest du essen die kannst du gleich mal anrufen service ich habe keine hunger dafür ist es Spaß zu alt? ok ist das so schön Es ist ein Sieg, mein Vater. Es ist eine Welt. War es sich. Es ist ein Sieg. Es ist ein Sieg. Gehen zu dir. Es ist morgens, dein volte. Ich werde dir, was du gehen. Und aus. Ich bin mir da. Ach, Kremlatt. Oh, das ist so schön, das ist so schön. ich muss mal eben gucken hier war irgendwas was hier ja genau bedürfnisse sinken langsamer bedürfnisse sinken langsamer okay machen wir das einfach bei ihm so weil das geht mir nicht richtig auf die bedürfnisse so was hat denn die liebe mimi wird auch wir bei dir muss ich nur kurz gucken mein freund mein freund ok so dann können wir weiter spielen du bist doch fertig ich bin und verraten hat so verheiratet er war nicht mehr aber mit in die so wo gehst du hin freundlich um kann man ja hier hat er sich der bote die sie da ein paar die insekten haben wir uns keine schauen dass wir berechnen Einmalig 10 Simulians und dann 50 pro Stunde. Einfach dann, ja. Danke für die erste Woche. Okay, so. Komm, ne, warte. Wo du gerade am Telefon stehst. Also rufen. Ne. So. Auch wieder zu spielen. Such dir lieber einen Job. Boah, hör auf dich zu beschweren, mach. Tu was für dein, für dein Leben. Was macht Daniel? Er isst immer noch. Was möchte er denn werden? Körbe werfen. Ne, warte. Ja. Meeresforschung. Meeresforschung. Fischkumpel. Immer da. Gehen wir zum neuen Job. Ja, danke. Scheiße. Möre. Ne, schau. Ja. Schau. 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 Ach so, ja. Wir sind ja. Es geht ja. Sie sehen uns, weil es so was. Scheiße, der ruft uns schon so früh an. Was machst du eigentlich? Du machst grad gar nichts. Geh mal da ran, aufzufressen. Hey Daniel, kann ich mit Zucker mit mir reden? Nein. Zucker mit mir ist nicht zu Hause. Was ist hier los jetzt? Ja, okay. Zuckerflokant. Fitnessflok. Äh, ja okay. Die Bilder werden nicht geliefert. Körbe werfen, mach das mal. Hab ich gerade, boah. Beschwer dich doch nicht. Hallo, was ist jetzt hier los? Hallo. Keine Interaktion verfügt. Warum das nicht? Hey Zucker, wie kann ich mit Fitness besprechen? Hm, nein, ich bin nicht da. So. War ja schön. Einstein, geh mal schwimmen. Draht. Ja, könnte er machen. Oder auch nicht. Was ist das? Das ist voll geil. Ich kann das nicht. Ich kann das einfach nicht. Und? Wo kommt der Kammerjäger? Ist das der vor der Tür steht? Nee. Wie geht's dir denn? Hallo? Ich bin nicht so weit oben wieder. Mein Gott. Ich kann mit der Steuerung jemanden nicht so ganz... Oh ja, ach so. Kannst du auch benutzen. Kannst du duschen. Kannst du... Ich wollte gerade sagen. Also. Ja. Zum Mittagessen haben wir noch Zeit. Warte. Espresso machen. Du. Du. Haha! Boah, ja. Wartet. Ähm. Komfort und... Energie. Kannst du eins aufhören damit? Mach den Espresso. Hör auf zu grooven hier. Was ist mit Honey? Honey hat Haarndrang. Honey geht auf Toilette. Herrgott. Hm. Du bewegst deinen Arsch hierhin. Oh, warte. Warum wird's immer die Scheiße zertreten? Geh mal lieber pennen, Alter. Huch. Halt über den Sorg. Du willst auch schlafen. Ja, also in der Folge haben wir jetzt gerade nicht viel getan, aber es ist etwas getan worden. Bewegen. Plaudern. Wo willst du hin? Mein Lieber. Wie geht es dir? Haarndrang. Kannst du mal... ...nutzen. Kannst du duschen gehen? Kannst du schlafen? Ah, den Kamerjäger ist da. Geh weg da. Äh. Äh. Boah. Ja, er kommt einfach mal hier so random rein. Interessiert ihn ja gerade nicht, aber egal. Aber das ruckelt voll. Woran liegt das, ne? Äh, Jungen, die Kakerlaken sind da. Nicht in diesem Haus. Aber egal. Wie geht es dir zur Kaminie? Hunger. Was machst du? Espresso. Okay. Hm, so. Kannst du Frühstück? Gefüllte Waffeln. Esst ein wenig. Wo ist die denn? Ach, die sitzt da. Was macht denn Honey? Honey macht Pizze. Gott. Wie, die seien soweit ganz gut. Da kannst du mal ein Käffchen trinken. Boah. Jetzt kommst du die Treppen nicht hoch, das ist blöd dafür, Mann. Hallo, wieso wirst du nicht nach da? Hau ab. Bist doch fertig mit deiner scheiß Arbeit. Äh, Post. Hab ich hier die Rechnung schon gezahlt? Ja, so. Kann die die bechockern, Mimi. Boah, die hat Hunger. Ja, kannst du abmachen. Eben, schnell die Post holen. Äh, blub. Äh, alle Rechnungen bezahlen. Oh, da hab ich wohl was vergessen. Ich müsste ab und zu mal die Rechnungen zahlen. Sonst funktioniert hier nämlich rein gar nichts. Aber, das macht mir nichts, das macht mir nichts. Und ja, boah, das ruckelt echt. Aber egal. Was machst du? Bist immer am Essen? Aber wie lange isst du denn noch? Ne, kenn ich nicht. Hm. Warum ist das denn immer so hoch hier? Oh, Mann. Oh. Okay, so nicht. Ein Stück raus. So. Wer geht denn hier so? Du? Boah, wie die Trampel. Boah, Mina, riech dich nicht auf. Alles gut. Alles gut. So. Weil du gerade sowieso noch zu tun hast. Geh mal. Äh, einschalten. Äh, nein. Du kannst mal irgendwie ein Gemälde malen. Benutzer, die für dieses Gemälde. Mach mal ein stilles Leben. Alles hab ich Geld gekriegt. Oh, geil. Wofür auch immer. Wie war, bis die anfängt mit ihrer Kunst? Ach, ein stilles Leben. Warte. Kann man noch was runter? Äh, falsch. Ein bisschen hoch. Hm, warte. Nimm aber das. Gut. So. Noch kurz. Ja, nicht runter. Hoch. So. Was tut du denn? Das Ding hat hier gerade echt ein paar Problemchen. Ja, sinnvoll ist halt so. Ja. Wo bist du denn? Ich würde sagen, das war's da von diesem Let's Play. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da und den ganzen, das kennt ihr ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Die Sims 2. Das YouTuber-Dorf. So. Und die liebe Jasmin Zocker-Mimi. Malt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns. Ich bin raus. Euer Fitnessflo. Ciao, ciao. Ciao. So. 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 Na hoffentlich habe ich jetzt keine Lächeln gestartet. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja, hat er den natürlich nicht aufgenommen. Nein. Hat er mich aufgenommen? Fick dich doch, du kleiner Bastard, Alter. Oder bin ich doof? Jojo, jetzt zu. Das ist eine Aufnahme jetzt. Dann war es doch mit Jütschübert auf. Der hat es mir nicht gereilt, es aufzunehmen. So. 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 So.